Ich mag die bunte Schale, die ist extra dafür, damit es den Apfel schön macht und wir Kinder mehr gesundes Obst essen. Wie? Der Apfel kann doch nicht wissen, wer ihn aufisst. Na klar, er weiß, dass wir bunte Dinge mögen. Pedro, die Schale ist da, damit der Apfel vor Schädlingen geschützt ist und nicht austrocknet. Mann, du bist immer so wissenschaftlich, aber diesmal hab ich recht. Ich frag mal die Zuschauer, was meinst du, hat der Apfel die Schale zum Schutz oder damit wir Kinder mehr Obst essen? Ich frag mal die Schale zum Schutz. Ich frag mal die Schale zum Schutz. Ich frag mal die Schale zum Schutz.